Hallöchen liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch herzlich willkommen zum dritten und in dem Fall der letzten Burst Video zum Retri. Wir sind beim letzten angekommen, das ist das Talent mächtiges Siegel. Das ist am, wie beschreibe ich es denn, am schwierigst zu spielende Burst, weil man muss hier ziemlich viel aufbauen. Und zwar geht es ja der Art mächtige Siegel den Vorteil, jedes Siegel gewährt uns einen Buff, nachdem wir ein Richturteil benutzt haben. Das sind passive Boni, passive Buffs, die halt auslaufen nach einer Zeit. Aber wir haben es ja, da kann keiner was dagegen tun, die haben wir dann einfach. Und es gibt zwar wichtige, das sieht man vielleicht hier, das ist die unteren beiden Siegel der Rechtschaffenheit und Siegel der Wahrheit. Siegel der Rechtschaffenheit erhöht unser Tempo um 20%, das steht da falsch drin, und Richturteil der Wahrheit, so rum, erhöht unsere Angriffskraft, also unsere AP, die Attack Power, um 15%. Und diese beiden Buffs hält man aufrecht, weil natürlich, klar, schneller zuhauen und so weiter, mehr Angriffskraft, mehr Schaden und so weiter. Das ist am schwierigsten eigentlich zu spielen, weil man muss es halt aufbauen, wobei mit Übungen ist das auch nicht schlecht. Ich gehe mal zur Seite, weil ich das Makro habe. Das Makro dazu ist eigentlich auch das Einfache. Hier, zornige Vergildung, Heiliger Rächer, Hammer des Zorns. Den Hammer des Zorns, wie gesagt, immer gleich drin, weil die Burst-CDs brauchen kein Global. Man schmeißt direkt den Hammer, hat drei heile gemacht, kann dann gleich ein Urteil machen und so weiter und so fort. Das heißt, man fängt jetzt einfach mal an und macht den Richtspruch. Wechselt. Ich mache das hier, das hier und jetzt geht's los. Das hat sehr, sehr viel Potenzial, ist auch saustark, also das wird in der Regel auch gespielt. Wobei die meisten, so wir wechseln jetzt aber nicht zwischendrin, genau das ist nämlich der Unterschied. Wir wechseln jetzt nicht. Der eine Buff läuft jetzt aus, jetzt holen wir den mal nach. Ist etwas schwieriger zu spielen, weil die beiden Buffs werden, also die beiden Buffs werden definitiv auslaufen. Weil normalerweise, ich habe jetzt am Ende sogar einen Fehler gemacht, ich habe ein Richturteil benutzt. Normalerweise nimmt man den Kreuzfahrerstoß, weil der macht mehr Schaden, weil die Mastery progt. Ist zwar physischer Schaden, aber durch den Mastery-Pock macht es mehr Schaden als das Richturteil. So, ja, okay, durch den Dot reduziert sich jetzt natürlich die DPS. Nochmal wie jedes Mal der Hinweis, die Puppen hier haben keine Vielseitigkeit. Die bekommen, die kritischen Treffer an der Puppe machen 200% Schaden. Im PvP sind es nur 150, also muss das immer ein bisschen relativiert werden. Grundsätzlich ist es so, durch mehr Haste ist der Hammer öfter bereit. Ich kann öfter schmeißen. Ich habe 15% mehr AP, das heißt der Schaden wird generell angehoben. Und das ist halt auch ganz ordentlich. Das wird jetzt hier natürlich verfälscht, weil der Dot, der hier drauf war, noch in die DPS einfließt. Ich glaube, wir waren auch irgendwas um die 60.000. Ja, also die, ähm, es ist halt so, dass die, äh, auf den US-Servern spielen sehr viele Retres. Ich glaube sogar die meisten spielen so, beziehungsweise mit mächtig Siegel, heiliger Rächer oder geweihter Zorn. Göttliche Bestimmung wird nicht genommen, weil es ist nicht, äh, auf Benutzen oder Pass. Es ist zwar Passiv, aber es ist halt Proc-basierend, das heißt Zufall. Und, ähm, die beiden, mit diesen beiden Talenten spielt man. Äh, viele spielen halt damit, weil man dann einfach den größeren Druck aufbaut. Hier baut man auch ordentlich Druck auf, ne? Durch die 20% mehr Tempo von mächtigen Siegel kann man den Hammer fast, kann man den regelrecht spammen. Ähm, Problem ist aber dann halt auch, man muss den Hammer bei 3 Sekunden haben. So, äh, oder bei 1,5 Sekunden. Weil das Problem ist, wenn ich ihn bei 2,62 Sekunden habe, äh, schmeißt den Hammer, hab ihn Global und dann, ne, kommt man so ein bisschen in Clinch. Weil dann ist er noch nicht bereit. Dann muss man eine andere Fähigkeit benutzen und dann kommt man so ein bisschen durcheinander und verliert eigentlich DPS. Dann benutzt man eher den Heiligen Recher, weil er allgemein alles macht mehr Damage im Prinzip und, ja, in sind 3 Heilige Macht. Man kann die ganze Zeit halt richtig Schaden raushauen. Wie gesagt, hier ein bisschen verfälscht, aber es ist grundsätzlich sehr, sehr stark. Ja, in diesem Sinne, das war's auch schon. Die Serie ist damit auch sogar vorbei. Kurz und schmerzlos. Ähm, wenn natürlich was sein sollte, wenn Fragen sind, ab damit in den Kommentaren oder auf Twitter. Ähm, ich sag danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss! Ja, das war's auch schon.